Hallo liebe Wachthof-Freunde, hier mein kurzer Stand. Die Kleinen sind jetzt zwei Wochen alt und weil die 35 Stück hier unten zu viel waren, sind davon 15 umgezogen, eine Etage höher. Sie fühlen sich auch hier sehr wohl. So schnell geht die Zeit rum. Zwei Wochen sind schon wieder rum. Bis zum nächsten Mal.